So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Nantucket. Ich bin der Zobarock und wir sitzen hier in Honolulu, fest sozusagen, und wollen auch ein bisschen durch die Gegensegel. Wir müssen ja sehen, dass wir diesen blöden Skill kriegen, damit wir unsere, ja, das ist großes Schiff bekommen. Ich möchte das große Schiff gerne haben. Das wäre echt nicht verkehrt, wenn wir da mit zwei Walfängerbooten beikommen. Das wäre echt nicht ganz doof. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Chancen gegen die, gegen die größeren Herrschaften hier. Aber hier oben ist nichts mehr, ne? Hier ist tote Hose, da kriege ich gar nichts los. Ähm, auf jeden Fall haben wir hier zwei Sachen. Das doof ist, dass der Kanal noch nicht fertig ist, ne? Das ist echt eine Panne. Da müssen wir immer ganz unten rumsiegeln. Das ist ein bisschen doof. Naja, ist nur mal so. Oh, hier, da sind wir, da sind wir hin. Da wollen wir hinfahren. Vollgas voraus. Man über Bord, nein, lass uns sowas nicht passieren. Nicht schon wieder. Das war uns letztes Mal auch passiert und da sind wir beide ersoffen. Wer ist denn David? Nein, wir müssen es versuchen. Ich will, dass der... Oh. Alles geschafft. Ist an Bord. Na, Nullen. Ich hasse das, wenn ich jedes Mal sowas auftauche, weiß, was da passiert. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, schon wieder hier. Die sind schon wieder ihren Spaß. Das ist doch nicht zu fassen. Ähm. So, ich verbetige mir das ja auf dem Schiff. So, weiß doch mal im Riemen hier. Kann aber nicht wahr sein. So, wann sind die denn da? Juni bis September. Was? Der Schiff ist ein neues. Da ist irgendwas nass. Na, klasse. Einmal Wasser verloren. Okay, ging noch. Was haben wir jetzt im Mai, ne? Und wann sind die da? Im Juni, 21. Juni. Okay, das schaffen wir ja nicht. Da sind wir ja ratzifatzig. Ja. Nach dem guten Wind ist ganz happy. Unsere Kuh und möchte... Achso, die sind unserem Kommando ganz zufrieden. Und alles gut. Perfekto. Einmal Prestige. Sehr, sehr schön. Ja, wir geben unser Bestes. Wir echt, ne? Wir geben uns echt unser Bestes. Ja, sehr schön. Also, wenn ich mal überlege, wie viel wir in der letzten Zeit wirklich hier verreckt sind mit unseren... Mit unserer Krude. Das war echt schon hart. Das war echt schon echt... Vielleicht schon bald gemein, ne? Oh, was ist jetzt denn los? Schulter an Schulter kommen unsere Leute zu uns und wollen starten... Aber ja, viel leid. Die Kochration. Okay. Na gut. Hau mal rein. Gebt ein kleiner aus der Buddel, mein Gott. Ne? So, lassen wir mal gucken, was hier ist. Ich fürchte, das sind Wale oder sowas. Äh, Quatsch. Es sind Haie. So, letzte Crew. Oh, wir haben hier den guten Mann da. Den wollen wir mal sehen hier. Komm an Bord. Den wollen wir mal gucken. Haie natürlich. So, die ganze Bandbreite, ne? Erwachsen, Neugeboren und Junge. Guck mal gucken hier. 17. Wer kriegt das gleich wieder auf die Mütze hier? So. Abgetraucht. Und? Zweimal. Unser Verbandmann. Alles gut? 14. Zack. Wenn man kriegt das Willbo ab, auch ne? Irgendwie komisch. Der Mann, der sich immer, der sich eben zurückhält, äh, jedes Mal, ne? 17. So. Haben wir. Jups. Das haben wir. Futter in Kahn. So. Wie gesagt, wir haben das jetzt eigentlich, ähm... Jetzt müssen wir theoretisch zurückfahren. Ganz zurückfahren. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen nicht zurück. Wir wollen nach... Was haben wir denn jetzt hier? Was war das hier? Das ist beides frei, ne? Von Lulu. Und das ist Nentucket. Und wir haben... Hab... Da müssen wir nach Peterhut hin. Na gut. Nützt nix. Fahren wir nach Peterhut. Ich hoffe, das reicht. Das müsste klappen. Das decken wir sozusagen fast schon... Oh ja. Da war richtig was los hier. Was war das hier? Öp. Öp. Ähm. Sind, äh... Nach einem harten Tag... Nach der letzten Hafenvisite, wenn man so will. Ach gut. Sind unsere... Einige unserer Crew-Members sind... Sehen kaputt und ein bisschen kränklich aus. Alles okay, Freunde? Ja, selbst klar. Wilbur hat sie verliess. Wilbur hat sie verliess. Ich dreh durch. Vergiss es. So, warte mal. Wir müssen mal kurz gucken. Wer hat den Wilbur, ne? Wilbur lief doch schon in der Kurie. Der ist doch schon auch gut. So, ähm. Ach, lass die doch essen. Wir haben reichlich davon. Sagen wir... Was ist denn los hier? Ähm. Stellar Exempel. Ähm. Follow your lead and become a Bethelman and Sailor. Was haben wir hier? Old Seadog. Und was ist das hier? Sozial. Hier, das hier machen wir mal. Zack. Genau. Wir sind da keine Piraten. Doch, da Piraten. Äh. Au, au, au. Weg, weg, weg. Wir sind schneller, wir sind schneller, wir sind schneller, wir sind schneller, wir sind schneller. Er dreht ab. Einer von unseren Leuten kommt bei uns an und möchte gerne, dass wir ihn... Wir möchten ihn lehren. Bekommen mit Batman. Ein besserer Mann und ein Segler. Okay, gehen wir hin. Funny. Jups. Lass uns in Ruhe. Alter, sind wir ja rechtzeitig von ihm weggefahren, ne? Da muss ich mal sagen. Hat geklappt. Wegen sie klappen, wegen sie etwas klappt hier mal. Mein Gott. Das ist doch schon nicht schlecht. So, kommt mal auf. Zack. Jobs abgeben. Was ist denn nun wieder? Was Neues? Na gut, nehmen wir mit. So. Upgrade ist da. Upgrade ist 5. Alles klar. Sehr schön. Das dürfen wir leider noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich gucke da jedes Mal drauf, ne? Jedes Mal gucke ich da drauf. Was ist das denn hier? Speed. Wir können mal Speed hochsetzen. Und die Pike haben wir schon auf. Geht gar nicht. 5 ist schon das Höchste. 5 geht, mehr geht nicht. Pass mal auf. Lass mal hier den Speed noch hochjagen. So. Dann haben wir das auch durch. Ach, Mann. So, wie sieht es mit unseren Leutchen aus? Das sind alles nur draufklopper, ne? Also die sollen haben wir ja schon. 5 HP 25. Sie haben 30er hier. Guckt ihr es mal an. Der ist viel besser. Den behalten wir auch doch. Nichts weg. Da kommt nichts weg. So, was haben wir noch hier Feines? Erste Hilfe. Da ist nichts. Gar nichts. Lassen wir so. Da machen wir, da fassen wir gar nichts von an. Wie sind unsere Leute eigentlich? Ach, da können wir gar nicht sehen hier. So, wir nehmen ein bisschen Wasser mit. Oh, Mensch. Wasser müssen wir echt mithaben. Wasser und Grog. Grog haben wir reichlich mit. Bisschen Lebensmittel für uns verkaufen. Da haben wir fast 10.000 Mücken, ne? Alter Schwede, wir haben richtig Kohle. Mein lieber Mann, wir haben richtig Asche. Da wird mal Zeit, dass wir das mal ausgeben. So. Lade, lade, lade. Komm schon. So, wir müssen... Oh, hier oben. Da müssen wir hin. Lass uns ein bisschen von den Jungs da einsammeln. Natürlich. Wozu Wasser? Wir müssen erst gehen. Wir müssen ein bisschen Punkte sammeln. Wir müssen ja echt sehen, dass wir hier, die Jungen uns hier in Gang kriegen. So. Was haben wir hier? Ein Jungen und zwei Neugeborene. Auf geht's. 19. Der ist schon mal weg. Okay. Nächster. 16. Geht noch alles. Alles noch in grün. 19. Raus. Haben wir. Jeps. So. 24 Mal. Sehr schön. Futter, den wir auch noch mal brauchen. Brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen. Aber egal. Ja, das wird nämlich alles mit. Ähm. Mal sehen. So. Zu Wasser. Und mal sehen. 15. Und ein Alter. 30. Oder erwachsen. Mal so sagen. 16. 19. Hier. Demo mal draufhauen. Mit Blutung dabei. Alles inklusive. Oh Gott. Das wird über Bord. Auch das noch. So. Jetzt dürfen wir. Er darf natürlich nicht. Na. Nagelungsartig. 19. Zack. Raus. Er ist wieder da. Wunderbar. So. Wenn wir jetzt einmal Leben hätten. Oh. Hier. Das war einmal nicht schlecht. Reihen wir mal kurz. Ja. Natürlich kriegt er da noch auf. Null. Ja. Natürlich. Warum nicht? Jetzt erlebst man also einen für alle Mann. So. Siehst du? Da haben wir das auch. Da ist der Kram. 30 nochmal. Nehmen wir mal. Ups. So. 19. Oh Gott. Oh Gott. So viel Platz haben wir gar nicht. Oh. Level up. Ey. Cool. Coole Nummer. Coole Nummer. Ähm. Lass mal kurz schauen. Was wir hier machen können. Können wir nicht irgendwas. Was war dann das? Das gleiche. Das hier wäre cool. Ne. Das war das. Das hier oben. Das hier oben. Das hier war das. Was ist das? Oder? Was haben wir noch? Oh. Das wäre auch das. Was geht? Kostet zwei Points? Kostet zwei Points. Wir haben einen Point. Sollen wir das auch bewahren? Sollen wir diesen Point auch bewahren? Ich glaube den bewahren wir einfach mal auf. Ne. Machen wir nicht. Wir bewahren den Point auf. Da machen wir echt nichts. Lassen wir hier zurückfahren. Kurz mal. Ähm. Ich muss diesen Point vergeben. Sag mir sowas dummes nicht jetzt. Okay. Hm. Zack. So. Jetzt fragt er mich bestimmt gleich wieder, oder? Ja, ich muss den vergeben. Warum denn? Wieso kann ich den nicht aufbewahren? Das ist doch jetzt ein bisschen, ein bisschen Harikiri, oder nicht? Finde ich so ein bisschen nebenbei. Kostet zwei Punkte. Und das ist... Das ist jetzt doof. Na ja, das ist jetzt doof. Fahr. Was ist denn jetzt hier wieder los? Was ist das Problem? Wir haben doch alles, oder? Das wäre natürlich auch noch was gewesen. Kriegen wir nicht hin. Also kriegen wir echt nicht ran. Warum nicht? Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir echt ein Rätsel. Ähm. Wir haben einen... Wieso haben wir noch einen Point zurück? Wir haben den doch gerade aufgemacht, oder nicht? Immer noch einen Point über. Okay. Pass mal auf. Dann machen wir das hier rein. Was war das hier? Und das war... So, und lassen wir uns das mal reinnehmen. Okay, na gut. So denn. Fahrbahn. In den Hafen rein. Und mal gucken. Siehst du, gab Kohle. Was haben wir hier noch? Irgendwas abzugeben? Nee. Das hat mich aber schwer gewundert. Ähm. Haben wir denn irgendwas für... Wie gesagt, wir können ja sowieso nichts machen. Ist klar. Wir haben keine Möglichkeit. Wir können nichts machen. Na gut. So. Lass uns hier ein bisschen... So. Futter raus. Über 10.000 Mücken. Das ist der Hammer. Und wir haben keine vernünftige Crew, dass wir da mal richtig draufkloppen können. Das ist also doofe. Und wenn wir die uns zusammengesammelt haben, dann fahren wir da hin und kriegen sowas von auf den Sack. Das ist echt die Hälfte. Äh, heftig. Das ist echt heftig. Heftig. Das tut weh. Das tut echt weh, sowas. Wir fahren aber nochmal hin. Wir fahren da nochmal hin. Ja, und wo waren wir hier? Ne? Mal sehen, ob wir das kriegen hier. Was ist das jetzt hier? Ja, klar. Wo war denn das? Dann lassen wir das mal hier zum Wasser. Mal gucken, wo das Wahlgebiet war. Mal gucken. Das Fanggebiet. So, letzte Crew wieder einmal. Das kennen wir. Ja, siehst du, Neugeboren, Neugeboren und ein alter Bruder, ein Erwachsener oder so sagen. So, 19. Hast du schon was für Mütze? Natürlich. Das Klebeband vergessen. So. Er darf nicht mitmachen. Na super. Beide nicht? Ach ja, er muss. Auch nicht. Na klar. Wir müssen zusehen, dass wir den Markt, dass wir unsere möglichst mal hier geheilt kriegen. Früher oder später. Auf jeden Fall einen davon raus. So. Die zwei ist nicht ganz so tragisch. Das kriegen wir alles hin. Er darf nicht. Er darf nicht. Er darf nicht. Natürlich kriegt er noch einen mit. Natürlich kriegt der Wübe noch mal einen mit. So, du rauch jetzt raus. So, 30 Mal. Erstmal können wir mitnehmen. Das können wir später wieder rausschmeißen, wenn du so wirst. So, nochmal versuchen. Auf geht's. Dann bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt. Braucht noch einen alten. Na klasse. So, 13 Mal. So, 13 Mal. So, 13 Mal. Ich glaube, der hat auch nichts drauf. Na klasse. Wilbur geht branden. Der mag das, glaube ich. Na, wie viel kriegen wir? 12 hat er uns drauf. Okay. Alle Mann. Okay. 19. Zack. Er ist untergetaucht. Ich drehe durch. Wer kriegt denn hier noch mal ein bisschen helfen? Heilung hier, ne? So. 12 oben drauf. Na klasse. So, jetzt muss es aber passen. 23 hier. Alle Mann über Bord. Ich drehe durch. Ja, super. Wir können ja mal eine Runde würfeln. Ja. Jetzt wäre es aber echt Zeit hier. Weil sonst ist für uns gleich Apple im Gelände hier. Gleich ist der Kahn nämlich aus. Nichts. Na klar. Natürlich. Das war sowas von klar. Captain is down. Das war so klar. Das war so klar, dass der letzte... Also, frag mich nicht, wie da die Spielmechanik funktioniert. Keine Ahnung. Der Mann, der schwersten verletzt ist, der liegt ganz hinten im Boot. Weißt du, ist gar nicht vorne zu sehen und kriegt was auf die Mütze. Das ist doch jetzt echt kurios, oder nicht? Das versuchen wir aber nochmal hier. Das kann doch nicht sein. So, letzte Crew nochmal rauf. Zack. Ich würde sagen, erst mal den rausnehmen. Ja, gibst du noch einmal Haue. So, und jetzt 16. Klar, Rebo wird über Bord. So. Nick ist 16 nochmal. Zack, raus. Nee, das ist vorbei. Naja. Okay. 14, alle mal einmal heilen. Jups. So, jetzt aber hier. Zack. So, nehmen wir mit. Einmal fehlt uns. Level Up. Ach ja, das war das, das, ja genau, das war diese Geschichte mit Level Up. Genau. Ähm, Hunting. Nehmen wir mal mit. Was haben wir da? Das war nochmal, das war ein Skillpunkt. Ähm, wieso? Ich möchte diesen Skillpunkt ja eigentlich nicht einsetzen, weil ich warte, dass ich zwei Punkte einsetzen kann. So, will ich nicht mitnehmen. So, und jetzt heißt es, ähm, wir fahren mal zurück nach Nentucket, weil wir da noch was zu tun haben. Ja. What's the problem? Was ist mit dem Wasser los? Äh, Smart Pool, wir haben zu viel Wasser an Bord. Nein, nein, wir wollen das winnen, checken wir das hier. Dreimal Wasser rausschmeißen. Okay, Pech. Reicht aber trotzdem. Vergiss es, da gucken wir garantiert nicht nach. Nee, nee, geht eigentlich los. Nee, vergiss es. Du musst mir das nicht jetzt zehnmal sagen. Nein. Was ist denn jetzt los? Ähm, spend, äh, spend time with cost, was, was, was? Auto, ja. Nothing. So. Aufnahme, ne, geteilt, den Tocke zurück. Was denn jetzt los? Wo ist denn das Update? Honolulu ist fertig. Ich drehe durch. Wir fahren mal jetzt mit der Hälfte, also Honolulu zurück. So, Kohle haben wir im Sack, sozusagen. Was haben wir hier noch? Da, zack, komplett. Da haben wir noch einen, den nehmen wir auch noch mit. Wenn wir schon, dann, dann schreiben wir richtig. So, guck mal auf. Wilbur. Haben wir denn hier einen Zehner? Oh, hier, da ist er. Da wäre der Skillpoint. Das wäre der gewesen. Der uns sozusagen noch gefehlt hat. Hm. Wir haben ein bisschen David rauskicken, ne? Mal angenommen. Aber da haben wir natürlich jetzt die erste Hilfe-Geschichte doch, ne? Ach, das ist diese große, große Geschichte. Mensch, 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 was machen wir denn da? Die Blutungsstil ist natürlich ein 1a. Ja, das Ding wäre auch nicht schlecht, weil dann könnten wir uns das nächste Upgrade kaufen. Warte mal, lass uns mal gucken, können wir überhaupt irgendwas machen? Oh, wir könnten. Theoretisch, das könnten wir machen, das Teil. Das könnten wir machen, dann hätten wir das Upgrade auch. Dann könnten wir uns ein großes Schiff leisten. Machen wir. Wir machen einfach mal, wir machen einfach so ein Blödsinn mal jetzt. Ob das nun, äh, funktioniert oder nicht, nochmal gucken. Ich weiß mir nicht, erst nicht, wenn ich den David rausschmeiße. Der ist ja hier drinnen, aber... Ich mach mal, ich schmeiß mal den David raus. So, pass mal auf. Was jetzt voll für den Eimer ist, muss ich nur sehen. So, und den stellen wir mal ein. So, pass mal auf, dann gucken wir trotzdem mal nach. Wir haben alles, ne? Das haben wir. Aber das haben wir doch, das Teil. Das heißt, das können wir das Schiff nicht leisten. Doch, natürlich, die Sache haben wir. Das haben wir. So, pass mal auf. Und das andere Kiste war... Oh Gott, das ist, hier ist viel zu viel Gramm. Nein, nein, nein. Das ist, ähm... Dann müssen wir woanders hin und das Ding kaufen. Also dieses Teil haben wir. Also hätten wir das, das hätten wir sozusagen im Sack. Dann müssten wir... Das hier haben wir frei. Dann mach mal. Wie lange dauert denn der Krams? Zack. Also das hätten wir auch jetzt. Das heißt, so viel wir dürften uns ein größeres Schiff kaufen. Wobei dann natürlich jetzt nicht hier, sondern im anderen Hafen. Okay, also heißt das für uns... Dann heißt das für uns... Oh, zweimal. Ja, natürlich ist er weg. Ich dachte, der wäre noch da gewesen, aber er ist leider weg. Na gut. Der hilft uns natürlich jetzt auch jetzt nicht extrem viel. Und Wilbur da oben auch nicht. Aber es spielt nur keine Rolex. Wir haben die beiden Jungs nämlich da. So, und wir lassen uns ein großes Schiff kaufen. Wir machen uns jetzt mal... Wir kaufen noch ein bisschen Wasser. Jetzt die Frage ist, wo wir das... Das verkaufen wir ein bisschen hier. Wir haben reichlich Kohle. So. Und das, Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Wir haben die Kohle zusammen. Wir haben die Skill-Pointe zusammen. Juhu, ich dreh durch. Und dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge werden wir uns auch mal ein großes, fettes Schiff zu kaufen. Müssen wir mal gucken, wo wir das schaffen, wo wir das machen können. Hier war es jetzt gerade nicht, aber in einem von den beiden anderen Städten... Wir gucken, wir lassen mal kurz auf die Karte lauern. Kurz mal auf die Karte gucken, wo das genau ist. Ich meine, ich meine Peterhurst. Ich glaube, da war das Schiff da. Da konnten wir es da holen. Ich glaube, da war das. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das war in Peterhurst. Dass wir da das große Schiff kaufen können. Oder hier in Hortas. Das müssen wir rausfinden. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, trotz alledem. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen da. Schreibt was in die Kommentare. Und nicht vergessen, oben auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr immer, was auf meinem Kanal gerade los ist. Okay, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.